Ich mache wieder meine Stürfe und Städte hier weiter. Ja, und wieder mal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Europa-Let's-Lays. Ja, und was soll ich sagen? Ich mache wieder meine Stürfe und Städte hier weiter. Und in diesem Falle mit Irland und England. Das reise ich mal hier ab, damit ich hier einen optimaleren Platz bauen kann. Und das war eine Polizei oder ist eine Polizeiwache. So. Korkdorf. Altstadt, Mitte, Altstadt. Altstadt, Mitte, Polizeiwache, Altstadt. Alles klar. So, damit hätte ich das Korkdorf durch. Gelwee hat sich noch nicht weiter vergrößert. Belfast hingegen, ganz schöner. So. Ja. So. So. Ja, das wäre doch Platz, nennen wir das Altstadt oder nennen wir das Mitte, weil das besser wie aussieht, oder? Zentral, Mitte, befasst Mitte, Altstadt. So, Rathaus, Dorfplatz, einfügen, Altstadt, Mitte, Rathaus, Polizei, Wache, Rathaus. So, was gibt es hier? Gelwe, Glasgow, nach Glasgow, Gelwe. Belfast, Gelwe, Start. Let's go, Glasgow, Belfast. 1, 2, 3, 4. Ja, so. Imanis nach Glasgow. Imanis, Glasgow, also weiter. Glasgow, Glasgow, Glasgow. Och Mann, ey, ich bin aber auch blöde. Glasgow, Imanis. Kopieren. Start, Start. So, haben wir das erstmal. Und Glasgow, naja. Imanis, das hat man ja gerade. Liverpool. Let's go, Imanis. Let's go, Imanis. Mais, Liverpool, so. Let's go, let's go. Liverpool. So. Remember das. Mitte und das bedeutet, wir haben hier ein Liverpool, wo wir die Linie noch ändern müssten. Durchplatz, Rathaus, Mitte. So. Nach Glasgow. Da hat man gerade eigentlich, aber ich glaube, da setze ich noch ein paar drauf. Liverpool, Glasgow, ja. So wie hier. Platz und das nenne ich halt dann Altstadt. London, Dorf. Ändern, Dorfplatz, Altstadt, Dorfplatz. Okay. Plymouth, ja. Das bedeutet, Bristol, Liverpool. Länderspressen. Und hier baue ich mal wieder an. So, Feuerwache und Polizeiwache. Plümmes Dorf ändern, Rathaus, Altküste, Rathaus, Dorfplatz, Feuerwache, Polizeiwache und zurück zum Rathaus. So, und auf dem Rathaus von der 26 Saison nach Brüssel. Genau, also Plümmes, Brüssel, Stadt. Ja, wieder was geschafft. Und, ja, so würde ich das mal nennen. Das wir dann hier die östlichen Dörfer im Prinzip durchnehmen können. Jetzt haben wir die westlichen alle. Die skandinavischen fehlen dann noch. Island hat sich noch nichts entwickelt. Da habe ich vorhin schon mal kurz geschaut, vor der Aufnahme. Da brauche ich ja Skandinavien gucken. Das kann ich sparen. Deswegen das nächste Mal dann Skandinavien und die östlichen Länder. In diesem Sinne, bis dann dann zum nächsten Folge.